So, jetzt heißt es wieder Schuhe ausziehen und alle barfuß wieder im Tempel. Jetzt weiß ich bloß etwas hygienisch, also ob man in die Schuhe reingeht oder wieder mal barfuß. So, ich habe einen Brot. So, ich habe einen Brot. Es war der Hügel. Oh, okay. Es ist China? Chines. So, ich habe einen Brot, ich habe ihn mitgemacht. Ja. 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 Okay, so from now on a few 9.40, you're green up, you can see the bus. Okay, you can see the bedroom and have a stand of photo. Okay, so you've got the time 20 minutes from now. All right, we need the bus. Okay, so I think you've also seen everything from our temple. And now we have a half hour here to photograph and look at the bus and then we'll meet in a half hour at the bus. That should also be enough. Thank you.